Musik Und am Samstagabend haben wir zwei große Bälle. Freitagabend im Parkhotel, Weißer Hirsch, Bautzener Landstraße. Dort haben wir ein Paar aus Argentinien, Diana, Deval und Juan, kurz gesagt Diana und Juan, sind sehr bekannt, weltweit bekanntes Tanzpaar. Die führen einen in eine argentinische Folklore. Das ist so ein kleiner Highlight, eine Stunde, da werden ca. 200 Personen mitmachen. Und danach geht es aber dann los mit Tango in 22 Uhr. Und dann haben wir zum späteren Zeitpunkt ein Blu-Kammer-Paar aus Basel, die inzwischen sehr berühmt sind, sehr bekannt sind, auf allen Festivals eingeladen werden. Michelle und Joachim. Und die werden Showtanz machen an dem Abend, einen Showtanz geben. Und wir haben einen sehr bekannten DJ eingeladen, der extra aus Rom anreist. Und das war's in einer Kind und vor allem hier zuge Кenfую. Und wir haben eine Abo da weit zu liegen. Und runners born. Nein. Und jetzt wurde erstmal in ja. Auch was darfst ihr nicht. fresh mit dem Abend. Und jetzt war der Nachläichten. Sehr gut. Und dann sah das Wort. Und ich habe hier um arm. Ausatmen sind will ich, ganz 좋아요. thrust может berühmt dicen können können, wenn ich gar nicht herum haben. Musik 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 Musik